Moin moin liebe YouTube-Süchtigen, euer Hans Dieter hier. Nur mal ein kurzer Aufruf und zwar dieses Jahr, wie wir ja lernens mitgekriegt haben mit der GEMA und den Urheberrecht und diesen ganzen Unstimmigkeiten. Da gibt es bei der EU eine öffentliche Konsultation zur Überprüfung der Regeln zum EU-Urheberrecht und da wird darum gebeten, dass jeder, der Interesse an sowas hat, also der mit sowas zu tun hat, wie wir zum Beispiel bei YouTube, einen Fragebogen ausfüllt, um das Urheberrecht zu reformieren und das eben ein wenig an unsere Ansprüche anzupassen. Ich werde euch in der Videobeschreibung unten zwei Links setzen. Einmal ein Link von der Europäischen Kommission und dann einmal ein Link, wo dieses Dokument ein wenig beschrieben ist. Es liegt allerdings nur in Englisch vor und den Rest seht ihr dann auch selber. Also in dem Sinne, ich würde euch bitten, versucht einfach mal dieses Dokument runterzuladen, wenn es geht, als Word-Datei würde ich empfehlen, weil in den anderen Dokument wohl ein Fehler ist. Lest euch das vernünftig durch und macht einfach mit. Ob es was bringt, im Endeffekt, wissen wir ja alle, steht in den Sternen, aber ich würde sagen, man sollte es wenigstens probieren. In dem Sinne, euer Hans Dieter. Tschüss. Tschüss.